Was ist jüdisch? Ich habe keinmal nicht gedacht, wie er immer sagt, was rate wird jüdisch. Jüdisch does not need to be saved. Jüdisch ist eine Sprache, es weiß nicht, ob er sterbt oder ob er es lebt. Ich halte, dass jeden darf in jüdisch. Ich habe alle verstanden, dass meine Rolle ist, das zu jedem und nicht jedem zu bringen. Ob sie will, aber mir ist wichtig für jeden. Das heißt, in der Klasse sind alle gleich. Aber ob man fragt mich, ob es mir so wichtig ist, dass er nicht jüdisch kennen soll. Nein, seit er will und mit den größten Fragen liegen. Aber mir ist wichtig, dass jüdisch etwas wegen seiner Kultur wissen soll. Und das ist mehr zu raten, wenn die jüdisch zu raten, wie zu raten, wenn die Sprache. Weil die Sprache macht nicht aus. Ja, ob sie seinen Ernst sollen sie sich gut auslernen, die Sprache. Sie sollen sich als Lehrer finden. Sie sollen nicht meinen, dass noch ein Summerkurs oder viele drei. Kennen sie schon das ganze jüdisch. Und ob sie reden mit ihren Kindern. Sollen sie auf Wader sein, auch reistig, responsible, und sich gut auslernen. Und prüfen, gewinnen Lehrer, Menschen, die es kennen, helfen. Und verstehen, dass es ein Prozess für das Leben ist. Also wir können es nicht tun in zwei, drei, vier Jahren. Man darf auf allem arbeiten auf sich. Aber das klingt sehr linguistisch. Aber das ist ein Teil von euch. Ich meine, was ist jüdisch? Aber schon darf man sich zugefunden zu dem, dass junge Leute reden anders. Aber es ist eine Sprache und es hat Standarde. Und es ist nicht englisch mit jüdischen Wörtern. Und ich meine, was man mehr versteht, als mehr wird man es in die Welt hineingezogen, was jüdisch mit sich vorstellt. Ja, das ist mein Etzer. Sie sollen sich allemal fühlen wie Studenten auf jüdisch. Das ist mein Etzer.